So, und damit herzlich willkommen zum nächsten Teil vom Watson-Scott-Test. Viele von euch wollten, dass ich weiterspiele, die Resonanz war überwältigend von euch, weil es scheinbar so vielen gefallen hat. Und es ist einerseits natürlich schön, dass euch das gefällt, andererseits ist es schrecklich, weil ich bin nicht für Horrorspiele gedacht. Ich kann das irgendwie nicht spielen. Ich gucke unfassbar gerne Horror Let's Plays, weil das ist die einzige Art, wie ich Informationen über Horrorspiele kriegen kann. Weil selber spielen schaffe ich einfach nicht. Aber gut, ihr wolltet einen zweiten Teil und es fehlt noch der Bonus-Test, deswegen widmen wir uns heute eben dem. Mal sehen, wie das wird im Vergleich zum ersten Test. Wir haben es schon herausgefunden, ich habe Angst vor unsicheren Balkonen und werde falsch verstanden von Gleichaltrigen. There is a new test available, would you like to try it? Ja, zeigt mir den neuen Test. Der zweite Test ist dazu designt, dass du deine Angst-Toleranz bekämpfen sollst. Falsche Antworten werden bestraft, Ignoranz wird bestraft. Das klingt nach ganz viel Jumpscare-Kram, das klingt nach so viel Jumpscare-Kram. Ich muss außerdem noch zugeben, dass ich noch nie diesen Test zuvor gemacht habe. Es könnte unerwartete Fehlfunktionen geben. Deine Antworten werden benutzt zum Entwickeln zukünftigerer Tests. Beende diesen Test, so schnell du kannst. Oh, es läuft ein Timer ab. 666, ja. Ich kann nicht schneller arbeiten, wenn du den Text so langsam ablaufen lässt. Lass dich nicht von der Uhr beunruhigen. Es ist nichts, worüber du beunruhigt sein solltest. Nach diesem Test wirst du einen besseren Sinn da drin sehen. Von deinem Grund da zu sein. Ich werde stärker werden. Möchte ich stärker werden? Nur nie was Falsches daran, stärker zu werden. Wie viele Knochen sind in einem neugeborenen Baby, die ich noch nicht getroffen habe? How many bones are there in a newborn baby that I haven't met yet? Das klingt so, als hätte ich irgendeinen Knochen getroffen, so auf der Straße begegnet. Wie viele Knochen sind denn im Menschen? 421? Inkorrekt. 0, 1, 1, 2. What's next? 0, 1, 1, 2. Oh, ich bin gut. Das erinnert mich an mein Mathe-Abi. Wie oft pro Jahr schlägt das menschliche Herz? Das sind, wenn es noch nicht abgestochen wird. Wie oft pro Jahr schlägt das menschliche Herz? Es schlägt hundertmal die Minute, wenn du Sport machst. 30 Millionen? Come on, sei richtig. Ja! Jetzt hab ich's raus. Eine der giftigsten Schlangen am Land in Australien ist die Death-Adder. Todesnatter oder so. Wenn sie eine erwachsene Frau beißt und tödliches Neurotoxin in sie reinspritzt. Wie lange hat dann die Frau noch zu leben? Aber dass das tödlichste Tier ist, 24 Minuten. Come on. Falsch. Das Spiel wird scheinbar wütender. Hier ist wieder das Gesicht. Das Spiel wird scheinbar wütender, wenn ich falsch beantworte. Und die Zeit läuft viel schneller ab. Warum läuft die Zeit auf einmal so schnell ab? Das sind keine Sekunden mehr. Ein Mann ist an einen Stuhl angebunden. Gegen seinen Willen. Und A funnel is placed inside his mouth. Okay, ach, ein Funnel ist vielleicht ein Trichter. Und pulverisierte Schweine in den Reihen werden in den Reihen gefüllt. Wie viel Volumen kann der menschliche Bauch halten, bevor er zerspringt oder bevor er reißt? Oh, du sollst zwei Liter. Fünf Liter? Kann ein Mensch fünf Liter beinhalten? Ja! Ein Mensch kann fünf Liter beinhalten. Wusste ich. Und jetzt läuft die Zeit immer noch schnell. Toll, ich verstehe nicht. Die Angst vor Schmetterling ist... Sybophobia. Nein. Dreh nicht durch, Test. Alles gut, tut mir leid. Ein Junge ohne Arme guckt nach Westen. Er geht geradeaus für 60 Sekunden und dreht sich dann um 90 Grad nach links. Er sieht, wie jemand auf ihn zurennt und er turnt einmal 180 Grad um und begins to run. Which way is the boy facing? Wenn er nach Westen geht, er geht vorwärts, guckt nach links. Nie ohne Seife waschen. Da guckt er nach Süden, macht nur 180 Grad, da guckt er nach Norden. Haha, ich bin gut. Aber ich habe doch unterdacht, es kommt ein Jumpscare, wenn die Zeit abläuft. How do Tapeworms enter their host? Tapeworms sind Bandwürmer, glaube ich. Airborne Tapeworms, Spores. Ich, also, Bandwürmer kriegst du durch, indem du die Larven zum Beispiel von wilden Brombeeren oder so isst. Hatte ich tatsächlich mal, nicht schön. Ich gehe da jetzt auch nicht tiefer ins Detail. Außerdem habe ich nur noch 20 Sekunden. Please choose the third respond. I'm blind, I will scare you if you choose this. Was? Was? Was ist ein positiver Elektronen? Benannt. Ein positiver Elektron. Ist ein Elektron nicht immer positiv? Anode? Ja. Habe ich gerade recht oder das gibt ihr mir eigentlich überall jetzt nur recht? Was war das beste Videospiel, das released wurde ins Jahr 2014? Five Nights at Freddy's? Nein! Die anderen kannte ich nicht. Was ist mein Lieblings... Was tue ich am liebsten? In Rehblutbaden? Contemplate the human condition oder listen to jazz. Von denen Jazz ist ein incorrect. Dein Lieblings oder mein Lieblings? The test is now complete. Okay. Ohne Jumpscare? Your results are very helpful. Your participation was adequate. Okay, ich war sehr hilfreich und es war passend. Es gibt keine weiteren Tests. Hier kommt auch gleich noch ein Jumpscare oder verarsch mich nicht. Wir sind hiermit fertig. Ich bin so sick of watching you. Er hat es satt mir zuzugucken. Goodbye. War es das? Das war es? Ha. Entweder habe ich etwas sehr richtig gemacht und ich habe etwas sehr falsch gemacht. Aber gut. Wenn es das war, dann war es das. Es ist ein sehr seltsamer Test. Ich kann diesmal ja noch ein bisschen genauer auf das eingehen, was wir da überhaupt gesehen haben. Also es ist sehr komisch. Dieser Test ist eigentlich nur darauf ausgelegt, die Angst zu machen. Es gibt viel Kritik dagegen, weil es einfach nur simple Jumpscares waren, zum Beispiel, die im ersten Teil kamen. Und wirklich ein Persönlichkeitstest ist es nicht gewesen. Das finde ich ein bisschen schade. Es hatten viele Leute gesagt, dass sie es cooler hätten gestalten können. Aber es gibt interessante Persönlichkeitstests noch da draußen, die man machen kann. Ich habe zum Beispiel einmal den Psychopathentest ausprobiert, welcher sehr genau war. Da konntest du viele Fragen genauestens beantworten und hast Infos gekriegt, zu wie viel Prozent du im Psychopath bist. Solche Persönlichkeitstests gab es. Ich fand es schade, dass dieser Test nicht so war. Aber trotzdem fand ich den sehr cool. Und ich hoffe, euch hat dieser Test gefallen, dieses Video. Wir sind durch damit. Wenn ihr noch weitere Spiele kennt, also nicht simple Horrorspiele, sondern Horrorspiele, die irgendwie so einen tieferen Sinn haben wie das, sagt Bescheid. Dann gucke ich mir das Ganze vielleicht einmal an, wenn ihr Bock darauf habt. Wir sehen uns aber auf jeden Fall beim nächsten Was auch immer ich mache. Bis dahin aber. Tschüss. Tschüss.